Nein, Boxen! Das ist das Falsche, komm zurück, wir müssen in die andere Richtung. Mann sind die laut! Map bringt ja hier auch nichts, oder? Da müssen wir hin. Ich hab's gefunden! Weiß immer noch nicht, wo du bist. Du musst einfach den Weg, den ich hochgelaufen bin? Also da, wo ich mich hochgebuddelt hab? Hoch? Ja. Ah, hä? Also... Ja, und dann einfach gerade auflaufen. Aber wie weit ist denn das weg? Ich dachte, das sind nur 8 Blöcke. Wie weit sind wir dann gegangen? 500 Blöcke sind noch... Äh... Es geht doch gar nicht auf. Nein, nicht schon. 500 durch 8? Das sind... 1003... Du musst die 1300... durch 8 Teilen. Nein, weißt du, die Koordinaten, die sind da hin. Das stimmt schon. Ich blick das irgendwie nie. Ich hoffe, jetzt wird kein neues Portal generiert. Dann ist's fail. Nee, das geht nicht gut. Ja. Das blöde ist nur, wir haben hier vergessen, die Tür aufzumachen. Was? Was? Reaktoren machen Spaß? Was? Reaktoren... Gott, und jetzt können wir in die Hölle gehen, wir haben Portale gesetzt. Hölle, Hölle. Copyright. Geh mal, ist... Seit wann ist denn Hölle Copyright? Ja. Hölle, Hölle. Also doppelt sagen, ja. Habe ich ja noch nix mit Nähter. Ich knack die Kisten hier. Ja. Gehe mich ein Pfeil in das Schloss schieße. Flam! Ja, der Erde. Letztdünn. Los. Glas. Sand. Mob Drop. Ich habe da schon nix mit. Ich glaube, ich bin wieder auf der 1.1. Allein nur um mein, äh... Ding für. Ja, hier. Das Hölle. Hier Hölle. Okay, jetzt zuschaut die Gold, die Gold weg. Boah, ich habe auf einmal 700 Sperrträger. Ah, okay, ja. Die Stämme, ja. Ja. Und einen Bericht. Und einen Bericht. Erzog Marcel unterstützt Unruhstadt. Okay, jetzt hole ich mir wieder. So, dann... Die anderen sind noch über 7, 8 Stunden unterwegs. Dann tue ich noch was rausbessern. Portale wecken die. Da und jetzt noch. Wenn's Lust. Einfach runtergesprungen. Die wohl unnötigste Aktion der Welt. Ja, kommst du jetzt? Oder wollen wir nicht mehr in die Hülle? Doch, wir gehen in die Hülle. Hülle gehen. Ich muss nochmal ein neues Schwert machen. Du sollst in die Hülle nicht. Ich hab ja noch einen Schwer. Ich hab ja noch alles. Du sollst nicht in die Hülle gehen. Guck mich an. Niemals. Plak! Aua. Ich will meinen Fall wiederhaben. Der Fall. Oh, ich hab's geschafft mit dem Schwert. weißt du was du machen musst was schießen dann auf 1 drücken dann loslassen dann hast du das schwert in der hand und die sich ein pvp an was also du musst mal so so schießen dann auf 1 drücken die maus loslassen dann schießt du den pfeil aber die denken dann lassen schwert in der hand also jetzt dann gehen wir mal in die hühle reichst du glaubst du 22 facken reichen hundertprozentig fünf meter auf jeden fall du musst einfach mal so laufen und es geht jetzt hier nicht weil pvp an ist dann kannst du dir selbst in den hintern schießen ach so musst du rennen und dann ganz kurz die maustaste getrückt halten dann das ist zu wenig m m m so gut zu schütteln um einfach nur schön wie viel vorgesehen hat sich reichen da eigentlich gerade Ich hab gar keine. Ist das gut? Ich kann gerade... Jetzt hab ich 48... 42. Ich hab kein Holz. Das ist du, das Holz. Jetzt hab ich's nicht mehr. Jetzt hab ich's. Dann wechseln wir uns ab. Wo ist er ganz weg? Wo ist er nu? Was? Kohle. Ich brauch nur Holzstäbe. Give me some coal. Oder die Kunisse. So, jetzt hab ich einfach mal über 2 Stacks. Was hast du so viel? Fackeln. Wie fackeln? Ja, fackeln. Wir brauchen noch fackeln. Du hast über 2 Stacks, okay. Einfach mal so nehmen, weil ich schmeiß es hier dann ja eh in eine Kiste, wenn dann hier wieder verheirbt. Wie ich auch sagen. Nein, ich nehm das alles mit. Dann hab ich mir auch nochmal jetzt, hab ich auch über 2 Stacks. Dann löscht ich meine Datatei und dann ist alles weg. So, Kohlebromern nicht mitnehmen, haben wir bestimmt danach genügt. Ach ja, Neterportal soll jetzt diese Zombie-Figments da gehen. Hab ich getestet. Ich hab sie nebenbei die Portale gespawren lassen, hab's gemacht und ging nix. So, dann, und tschüss. Ging wir ganz nach unten? Ja, die Höhle ist nur ein bisschen weiter nach oben. Hier oben hab ich nämlich ein bisschen Eisen gesehen. Jetzt bist du grad genau da, wo du reingehen musst, runtergesprungen. Ich weiß, ich bin zieht los. Hier geht's los. Das schöne Gold. Ach, Min-Schicht der Kunden hab ich ja zum Glück nur drei Stück auf meiner Alpha. Ja, ich wollte ja jetzt... Die ich noch nicht als zu Ende erkundet hab. Warte mal, ich mach hier mal einen Waypoint hin, damit wir dann... Waypoint, warte... C... Ausgang... Ja, okay. So, da ist hier der Ausgang. Was sagst du? Kies abbauen und Eisen. Mach dir auch mal hier einen Waypoint hin. Aber wir machen jetzt die Map aus, kem? Was, die Minimap? Ja. Warum? Du hast doch einen Warp-Punkt hier gesetzt, oder? Da kann ich doch auch drauf zugreifen. Wie? Mit Slash-Warp? Nein, ich hab ein Minimap-Ding gemacht. Ich mein, dass wir nicht uns nicht raus teleportieren, sondern rauslaufen. Oder hier klick ich verliere, äh, sterbe. Mies, deswegen... Naja. Was, deswegen? Deswegen benutze ich auch nur Warps und... Ja, nur... Singleplayer-Kommens, weil ich sonst hier drin elendig verende. Oh, naja. Ich mag das Holz. Warum ist noch nichts mehr? Zum Glück, ich mag trotzdem das Holz. Das ist mir Rorsch, ich will das Holz. Ja, gratis Holz halt. Gratis Holz. Dieser Park wird nun Gratis Holz heißen. Den nenne ich also. Gratis Holz. Ach, ich liebe es einfach, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Wir spielen jetzt gerade auf, allerdings auf, äh, normal, oder? Schwierigkeit, Schwierigkeitsgrad normal. Ich bin schon gesagt, normal. Und ich denke, ich hatte wirklich nur Rüstung. Ich bin schon gesagt, ich habe das Holz-Zug, ich hätte mir meine machen können, aber bei dir gibt es ja kein Eisen. Äh, doch. Ist aber gut versteckt. Äh, das ist in der, äh, Dingskiste. Äh, ja, ich will ja nicht sein ganzes Alfen, äh, ein ganzes Alfen, ein ganzes Eisen hier verpulver. Dann Slime. Dann Slime wieder. Mit dem Reden, äh, mit dem Denken weiterholtzen, mit dem Reden. Und was ist das? Und tschüss. Und tschüss. Komm her. Tschüss. Die Kack-Skelett. Äh. Eine Kiste, Roderubin, Roderubin und Goldstaub, sehr schön. Heiß, ich habe jetzt gerade schon drei Slimes, Bälle. Wenn wir dann im LPT mal welche haben, dann machen wir, äh, klebrige Pisten sind. Also an die, an die Ende Maschinen. Genau, die mega Ende Maschinen. Heilige Kacke, was ist denn da, hier? Was ist denn? Lauter Minenschächte, die hier in der Luft rumschweben. Okay. Und Creeper. Noch was? Da ist nichts mehr. Du, wenn sie richtig fett sind, rass auf, meinen Job ganz gut gemacht. Ich meine, weil das laut ist. Wo du 500 Kilometer von mir weg bist. Bah, einfach mal so explodiert. Das waren zwei Creeper gleichzeitig. Zawoom. Zawoom. D'ahhh. Muss Wasser abschalten. Muss hochklettern. Muss Wasser. Muss Kohle. Muss Wasser. Muss Eisen. Was jetzt? Muss alles, alles abschalten. Muss Weltherrschaft an mich reißen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sag mal, wie weit geht denn hier Wasserstrahl? Das gibt's doch gar nicht, da hat ja gar kein Ende. Beziehungsweise Anfang, doch hier. Also den Anfang müssen wir haben. So, endlich. Geh ich hier gleich mal ausleuchten. Ich bin jetzt auf Ebene 55 hoch. Also war schon ganz schön weit jetzt, der Weg. Achso, ich bin auf 21. Ich hör Schafe. Okay. Ja, das sind dann bestimmt meine oder die, die da rumlaufen? Nee, ich bin jetzt hier bei deiner Erntemaschine. Naja, dann laufen wir auch Schafungen. Also ich bin jetzt glaube ich aus den Nien-Schichten raus. Ich seh dich ganz klein, dein Name. Oh, hier ist viel Eisen. Ich hab blöd. Dungeon. Dungeon. Zombie-Dungeon. Wow. Die meist vorkommenden Dungeons sind ja Skelett-Dungeon. Wirklich? Ja. Also, ich schaue meiner Erfahrung nach so. Ach, da fangen die Mines-Schichten auch schon wieder an. Also deine Mine, die ist hier ganz schön groß. Das kann sein, ja. Ich hab's mir nicht angeguckt. Hä, hä. Hä. Mäh. Ich denke ich jedenfalls nicht. Da, 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 da. Bum, bum, bum. Brot auf Hawaii. Ja, dieses Lied, das ist einfach nur... Was ist denn jetzt, Rami? Oh, Mann. Alter, ich friss doch gar nicht. Ja. Schon wieder? Oder immer noch? Ich hab grad gedacht, wie du das eigentlich... Wie das da so kam, kam hinter mir so ein Zombie. Hab gedacht, das wäre so ein Comment. Geil wär's, wenn irgendwann Zombies was in den Chat schreiben können. Naja. Da fällt mir, könnte... Da könnte mir... Headstone. Ich glaub, mit dem Audium-Mod, da können dich ja die Zombies bald reden lassen. Sagen die dann, Öl frisst Hochwurz. Auf Hawaii. Ja. Ja. Ja, das wär's doch, oder? Ja. Aber dann komm, geh mal essen wieder. Kann sein. Ich hab Redstone gefunden. Ach ja, gute alte Kohle abbauen ohne nerviges Klingeling. Ja, ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr das nervig findet oder ob ich's wegmachen soll. Ob ihr das nervig findet oder ob ich's wegmachen soll. Umgekehrt. Ob ihr das nicht nervig findet, also ob ich's drin lassen soll oder weg... Ja, ja, gut. Ich war grad, ich konnt grad nicht. Ja, ich hat grad, ich konnt grad nicht. Ja, ich hat grad nicht, ich konnt grad nicht. Ja, ich hat grad nicht, ich konnt grad nicht. Oh Gott.